Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und Willkommen bei Space Hulk Deathwing. Und er lädt jetzt die Besprechung, oder was macht er jetzt? Wir waren gerade noch im Ladebildschirm. Ja, ladidadi. Und jetzt bin ich auf dem Desktop. Wollte ich schon immer mal hin? Geh mal wieder ins Spiel. Your vision is deeply disturbing, Brother Librarian. And it may be an ill omen for our mission. But our desire to overcome will be as strong as beaten steel. You must identify the location you saw in the death memories of Brother Maegon. To do so, place an Orga Primus in the main console of the ship's strategium. Let Hate guide your weapons. Hm, okay. Oh, ich wollte gerade sagen, ist nicht so, ich habe zuerst gesehen, aber ist nicht so groß, die Map. Und dann, rutsch. Außer wenn das nicht begehbar ist, dann ist es nicht so groß. Aber ich denke mal, die schraffierten Ebenen sind immer die tieferen, glaube ich, ne? Gut. Gut. Sechs Relikte. Sturmkanone. Bleiben wir dabei. Nehmen wir die weg. Höllenfeuer, was ist das denn? Erlösung und Höllenfeuer. Schaden, Panzerung. Wir nehmen mal die. Hat 20 Schuss, auch weniger. Ist das auch eher eine Schrotflinte? Dieser Sturmbeuter verschießt Höllenfeuermunition. Kern und Spitze eines Höllenfeuergeschosses werden durch eine Fiole mit mutagener Säure ersetzt. Die orangene organische Substanzen zersetzt. Okay. Nehmen wir mal mit. Aber sekundär hätte ich gerne was anderes. Ach ja. Mein Kollege, der nimmt wieder die, äh, Sturmkanone. Und er hier. Ach so, entweder. Na gut. Nö, 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 der bleibt, wie er ist. Schade, ich hab gehofft, dass wir noch einen dritten kriegen hier, weil es sind noch zwei Plätze frei. Und ein Standardterminator-Trupp ist nun mal, besteht nun mal aus fünf Mann. Finde ich. Ja, das ist ja noch in der Tempel. Er ist, dass Sie die Kornen durch den Zettelungsgespringen sind. Und wenn Sie, die Kornen, die Flasen, der 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 Flasen und der Flasen, der Flasen, der Flasen, der Flasen, der Flasen ist, der Flasen. Und dann auch in der Flasen. Anxious, brother. Es wäre das erste Mal. Es ist nicht eine Angst-Groß. Das ist warum es ein Problem ist. Wir müssen nicht beobachten von unseren Müll. Stay vigilant. Mhm. Schade, ich dachte, hier wäre etwas Tolles. Das ist nur ein Tyranidenskelett. Ein Symbiont ist das. Symbiont Schädel, Symbiont Torso. Nichts Besonderes. Eins der sechs Relikte. Na, da fängt das Blood Angels, äh, äh, Dark Angels. Oh, was ist das denn hier? Das ist ein Jäger. Oh, wir sind ein Manga. Oh, das ist ein Torso. Das würde ich sagen, ist vom Carnifex oder so. Also vom Kopf her würde ich sagen Carnifex. Okay, da war das letztes Mal doch eher ein Brutlord. Stimmt, hier ist ein Hangar. Was sind's? Oh, Beinde. Wow! Das sind's. Was sind diese Xenophores? Sie sehen nicht wie eine, die wir bereits exterminiert haben. Genau, das ist ein... Ich kann nicht sagen. Als nächstes die Situation ist unter Kontrollen, werden wir besser werden. Das ist ein anderer Schwarm, ist das. Ganz einfach. Sie sterben wie die anderen. Es ist ein Problem. Das ist jetzt der Schwarmflotte Leviton, würde ich sagen. Arnifex! Oder? Nee. Das ist mein Bruder in Ruhe, du sagst. Alle noch da? Hier, den mal bitte heilen. Krasse Scheiße. Schleichen die einmal rum. Das sind aber einzelne getrennte Abteile, ne? Oh. Oh, lasergeschützt. Kommt hier rein? Machen wir zu. Der weiß, was da noch kommt. Ah, Löwensymbol. Ohohoho. Immerhin mal zu. Oh. So. Das war nämlich von da hinten noch der Raum. Hier gehen wir mal rein. Ach, da war der Öffner. Hätte ja sein können, dass es hier was Besonderes ist. Aber... Das sind Gefängniszellen. Ah, scheiße. Hier ist auch nichts Besonderes. Das ist schade. Hätte ja sein können, dass hier was Tolles ist. Ist aber leider nicht der Fall. Da kommen wir nicht hoch. Tropft hier ein bisschen. Neuer Gang, neues Glück. Textnachricht. Sieht auch anders aus. Vom Design her. Oh. Mission. Saramond erreichen. Um Kriegsherr Horus zu unterstützen. Wir haben den Planeten Kaliban wie von Luthor befohlen verlassen. Er befiehlt dieses Unterfangen und die Kampfflotte. Wir müssen Saramond so schnell wie möglich erreichen, um dem Kriegsherr Horus Hilfebesuch nachzukommen. Wichtige Ereignisse, Daten nicht verfügbar. Okay, die wollten Horus unterstützen. Oder wollen sie den Hintergang? Und wussten noch nicht von Horus' Verrats. Erwischt. Okay, da kommen wir nicht durch. Werden wir nicht durchschlagen? Schade, nö. Da wird jetzt Raum angezeigt, ne? Hm, na gut. Haben die mich gerade erwischt? Danger. Dann gehen wir nochmal rein. Tu eine. Die Explosion ist ja cool, aber man sieht meistens nicht, äh, die, äh, die, ähm, die anderen Gegner. Dann scannen wir mal. Hacken ist auch immer ganz gut. Scheiße. Scheiße. Das ist mich der Große hier. So, das war's. Dann zerstöre ich das nochmal. Okay, und zurück. Der hat ein Blämmer. Hm. Warte, ganz kurz. Wir können ja gleich. Ne, ich würde sagen, wir gehen geradeaus weiter. Da ist nochmal ein Private Hangar. Den will ich auch nochmal angucken. Und das Datencenter. Die nehmen wir nochmal mit. Weiter. Oh. Bin ich ja quasi nicht zusammengestoßen. Hm. Brauchen wir Heilung. Danke, Bruder. Wir haben ja geschlafen, oder so. Hä? So, Schwede. Wollen wir ganz kurz. Da brauchst du mir jetzt nicht so lange. Bin ich hier rein. Allermann drin? Hörfas Riegel. Wollen sie den Umweg gehen? Bitte mal hier unseren Kollegen heilen. This is done. Mission Saramond erreichen, unterfangen, blablabla. Eigentlich dasselbe. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nö. Wir müssen jetzt rechts. Warte. Da. Da. Oh, der hat mich erwischt. Ach, der Scheiße. Oh, da müssen wir hin. Das private... Äh... Private Land... Äh... Schatzelrampe. Krass. Oh, schon wieder leicht kaputt. Da, ein Löwe. Löwe. Schade, ich hab gehofft, dass hier irgendwas Tolles ist. Boah, ey, das gibt's doch nicht. Heilung, sofort. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Heil dem Bruder da. Ah, hier ist wenigstens trotzdem was. Mal wenigstens das erste Relikt gefunden. Mal raus hier, bevor noch mehr kommt. Ey, das gibt's nicht. Diese Raketenjonnies. Ah, da können wir auch gleich weiter. Aber hier mach ich das Tor zu, ey. Kommst du mal? Und verschließen. So, wir rennen gerade zu, zu diesem Datencenter. Ah, das ist der Primarch wahrscheinlich. Ey! Ich ehre gerade unseren Primarchen. Der schießt mir einfach in den Rücken. Trechdachs. Schmierende gelbe Rüstung, ey. Nicht viel zum Analysieren, aber... Hat sich nicht gelohnt. Weiter. Eifelt sein, wir versiegeln den Raum. Schmierende gelbe Rüstung, ey. Ich bin jetzt vom Missionsziel. Wo hieß, das ist verschüttet, aber... Nichts Tolles drin. Hm, was ist denn da? Halt mal den Mund. Nö, kriegen wir nicht kaputt. Dann lasst mal hier weiter. Auch eine schöne Figur. Das schreit nach Boss. Lock, heil dich selbst. Wieso? Naja, das hört sich nicht gut an. Wir müssen, wir müssen, wir müssen... ...nach links. Ey, stirb doch mal. Irgendwas hat mich erwischt. Drei Heilpakete haben wir noch. Und hier müssen wir weiter. Und bitte mal... ...den Kollegen heilen. Danke. Oh, Raketenwerker. Der hat mich voll erwischt. Ich will zerstören den gleich. Okay, sterben. Noch mal einen Raketenwerker? Auerfest, Mann. Da haben wir wieder was zum Scannen. Oh, ich check erst mal. Da ist auch ein Signal da vorne. Nicht erwischt. Eigentlich. Hey, das ist... Trisst ja gar nicht. So, jetzt haben wir es getötet. Können wir es jetzt zerstören? Auch richtig verworren da. Kann sein, dass es nämlich hier noch was gibt, da noch was gibt. Die ganzen Punkte eigentlich wird man ablaufen. Aber es ist eine normale Wand. Schau mal auf den Löwen. Böser Löwe. Ne, der ist echt. Da ist keine Wand. Alter, da lässt du mich in Ruhe. Ich piepe schon wieder wie so ein Weihnachtsbaum. Danke. Danke. Wir müssen bald wieder... ...zur Basis. ...zreparieren, nachrüsten, aufrüsten. So. Schlesam, öffne dich. Oh. Die reisen echt den Luxus. Warte mal ganz kurz. Paketenderfer? Nein. Hey. Irgendwas habe ich noch getroffen. Ich glaube, ich möchte schon wieder. Ich bin zu schritten. Ich bin zu schritten. ...ein ichelne. Ich bin zu schritten. Scheiße, ich hab das Falsche. Nein! Nein! Das war das Psytor. Gut, nachladen. Und weiter geht's, Brüder. So, haben wir platziert. Mission abgeschlossen. So. Oh. Neue Sturmkanone der Vergeltung. Ja, ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Break, damit die Videos nicht so lang werden und ich nicht wieder schneiden muss. Machen wir jetzt immer, wenn Mission abgeschlossen ist, einen kurzen Break und nächstes Mal geht's weiter. Und, ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like, ein Kommentar da. Am besten wäre ein Abo. Damit unterstützt ihr euren Bruder Heinrich. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.